Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Hyde No. 9 Iberian Cask. Heute habe ich mal wieder einen irischen Whisky der Marke Hyde hier am Start. Es gibt keine Brennerei in Irland mit dem Namen, das ist vielmehr eine Firma, die diesen Markennamen ins Leben gerufen hat, irlandweit Whisky zukauft verschiedenster Macharten. Unter dem Label Hyde wird zum Beispiel klassischer Blended Whisky abgefüllt, Single Grain Whisky abgefüllt, Single Malt Whisky abgefüllt. Ich habe hier schon zwei Hydes im Video gehabt, ich meine das eine war der Hyde No. 5 mit so einem pinkfarbenen Etikett. Das war ein Single Grain Whisky, der in Burgundy Wine Casks nachgereift wurde. Ja, soweit ich mich zurückerinnere, war der ganz okay. Ich habe den Hyde No. 8 probiert mit einem roten Etikett, das war effektiv ein klassischer irischer Blend, der in Stout Bierfässern nachgereift wurde, den habe ich letztes Jahr im Video probiert, war für mich einer der schlimmsten Whiskys des ganzen Jahres, war für mich persönlich kaum trinkbar. Ja, trotzdem, nach dieser negativen Erfahrung habe ich den Schritt gewagt und habe wieder einen Hyde hier, diesmal den No. 9, das Release, das zuletzt erschienen ist, diesmal ein Single Malt Whisky und der trägt den Beinamen Iberian Cask. Besonderheit bei dem Kollegen ist, dass dieser Single Malt Whisky dreifach destilliert wurde, nach der Reifung in Ex-Burban Fässern ein Finish in ehemaligen Portwein Fässern erhalten hat. Ja, das sind auch die Angaben, die man bekommt, wie alt er ist, weiß man nicht, wie lange gefinisht wurde, weiß man nicht, aus welcher Brennerei er stammt, weiß man nicht. Was man weiß, ist er 43 Volumenprozente hatte, er ist nicht kühl gefiltert. Das steht auf dem Etikett, ja, non-chill-filtert, damit gehen sie hausieren. Allerdings steht hier nirgends was von Natural Color. Und wenn ich mir diese Farbe angucke im Glas, also ich gehe mal davon aus, er ist gefärbt und liegt preislich bei 40 Euro. Ja, limitiert auf 5000 Flaschen, ich habe hier die Flasche Nummer 4653, wobei einschenken werde ich mir aus einer, die schon offen ist, die Flasche 3102, bottled im Juli 2020, bottled im Juli 2020, okay, selbe Charge, passt. Die Farbe ist echt krass, wenn die echt ist, dann war das Wein fast tatsächlich sehr aktiv. Also wir halten es einfach mal dran. Sieht schon aus wie so ein Rosé-Wein, ne? Schauen wir mal. Also wenn man jetzt diese Farbe sieht, ne, diese krasse Rosé-Farbe und in Kombination mit einem Portwein-Finish, da denkt man ja in erster Linie an rote Früchte, Tendenz zur dunklen Frucht, vielleicht eine gewisse Süße. Ne, ich finde, der riecht nach Senfkörnern, ohne Scheiß. So banal das klingt, der erinnert mich total an Senfkörner. Die Würzigkeit allgemein ist sehr stark, Nelke ist hier da und auch Eiche ist da. Und die hat so einen trockenen, strohigen Touch. Also sehr gut möglich, dass diese Fässer aus französischer Eiche gefertigt waren, weil die erinnert mich halt immer an diese trockenen Strohnoten. Aber hier ist keine Süße erstmal und hier ist keine rote Frucht. Senfkörner. Jawohl, okay. Also der riecht definitiv anders, als er aussieht. Den hätten sie wahrscheinlich, ja, hell lassen müssen, gelb. Dann hätte der Senf gepasst. Der gute Bautzner. Ne, wieso? Die Senfkörner in reiner Form. Auf jeden Fall. Da passt auch die Nelke dazu und diese trockene Eiche. Ich finde das Aroma nicht schlecht, der ist halt sehr würzig. Aber erwartet habe ich jetzt was ganz anderes. Mal gucken, ob die Früchte auf der Zunge kommen. Slange. Sehr malzbetont, sehr kernig. Auch ein bisschen herb von der Getreidenote. Die gewisse Würzigkeit ist da. Da ist es jetzt nicht als Senfkörner greifbar oder als Nelke. Es ist einfach eine ganz milde Würzigkeit. Hält die Balance mit so einer karamelligen, malzigen Süße. Es ist so dieser Spagat. Eiche dann. Es wird trockener hinten raus. Und vielleicht ganz, ganz spät im Finish kommt mal so eine rote Frucht. Die erinnert mich so ein bisschen an so einen Erdbeer-Sekt. So sieht er ja auch fast aus. Also effektiv ganz kurz die Erdbeer im Finish. Also viel vom Wein an sich, von der Frucht hat er gar nicht. Eigentlich eher die Würzigkeit. Also der ist sehr, sehr würzig. Sehr, sehr trockenholzig. Der riecht nach Stroh. Nach Bergwiesenkräuter. So in die Richtung geht es. So ein Kleintier-Stroh. Also gar null Frucht in der Nase. Keine Süße in der Nase. Also geschmacklich im ersten Antritt, da hat er schon so ein, es ist so ein Dreigestehen. Auf der einen Seite eine etwas trockene, strohige Eiche. Ich kann jetzt noch nicht behaupten, dass ich Stroh gegessen habe. Aber die Eiche hat für mich so einen trocken-strohigen Impact. Auf der anderen Seite ist eine zarte, malzige Süße da. Aber auch so eine Herbe, so etwas Bitteres, so etwas Kerniges. Das zieht sich eigentlich bis in den Abgang. Bis dann irgendwann mal die Süße nachlässt. Und ja, dieses trockene Eichernhölzerne übernimmt. Die Bitterkeit ist auch da. Es gesellt sich ganz, ganz kurz mal dieser Erdbeer-Sekt mit dazu. Aber das ist effektiv der einzige fruchtige Portweineinfluss, den ich habe. Das Fass hat mit Sicherheit da drauf gedrückt. Auf jeden Fall. Aber null mit der Frucht, eher mit der Würze und mit der Eichenholzfracht an sich. Und das ist halt eher würzig-trocken. Ja, kurioses Teil. Also sieht auf jeden Fall ganz anders aus, als er riecht und schmeckt. Kann man mal probieren. Ist schon was fürs kuriosen Kabinett, Kuriositäten-Kabinett. Ich finde nicht schlecht von den Heiz, die ich bisher hatte. Da zähle ich dir jetzt mit dazu. Ist ja mit Sicherheit der Beste. Aber ich hätte mir hier doch ein bisschen mehr Frucht gewünscht. 40 Euro kostet die Flasche. Nicht ein typisches Portwein-Finish. Ein bisschen anders. Deutlich auf der holzigen, würzigen Seite. Wer auf das steht, der kann den gerne mal ausprobieren. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr schon was aus dieser Serie im Glas hattet. Wie gesagt, das ist die Nummer 9. Bedeutet, es gab schon 8 vorher. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr da so für Erfahrungswerte habt. Schreibt es gerne unten rein. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!